So, dann vertaue ich Ihnen mal unseren Klaus an. Klaus? Ja, Papa? Heute wird dich der Student hier unterrichten. Was? Wieso? Keine Widerrede, ja? Wir kommen dann in der Pause und kontrollieren die Fortschritte. Und denken Sie daran, er muss weltweit einsatzfähig sein, ja? Und wenn er nicht spurt, da ist der Bambusstecken unter der Karte. Klar. Du bist also Klaus? Hallo, freut mich. Klaus? Klaus?